In diesem Video erkläre ich dir Willy Brandt in 30 Sekunden. Willy Brandt wurde 1913 als Karl Herbert Frahn in Lübeck geboren. In der Zeit des Nationalsozialismus lebte er in Norwegen und später Schweden, wo er unter dem Pseudonym Willy Brandt Artikel für Zeitungen schrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Bürgermeister von West-Berlin, Außenminister und schließlich Bundeskanzler. Er setzte sich sehr für eine Annäherung an den Osten ein und schuf den Grundlagenvertrag mit der DDR, was zur gegenseitigen Anerkennung der Staaten führte. Für seinen Beitrag zur Versöhnung von Ost und West erhielt er 1972 den Friedensnobelpreis. Das ausführliche Video zu diesem Thema findest du auf unserem YouTube-Kanal.